Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Wir sind hier beim letzten Mal an der Station Bedford stehen, ganz in der Nähe von Sanctuary, etwas südlich davon und auch in der Nähe des alten Steinbruchs. Da haben wir noch zusätzlich entdeckt quasi und uns hier mit ein paar Gulen auseinandergesetzt. So und jetzt wird ich sagen, machen wir uns mal wieder auf den Weg, denn wir wollen ja zurück nach Sanctuary und sollen ja mal wieder mit Preston Garvey reden und ja, wir haben in der Nähe auch unsere Powerrüstung stehen lassen, also der zweite Stell quasi. Da würde ich mich auch gerne darum kümmern. Das wird auf jeden Fall nach Sanctuary schaffen oder vielleicht auch zur Red Rocket Station. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. So, also wenn wir erstmal hier lang gehen, also wieder in der Nähe von Satellitenstation Olivia und da mal vorbeischauen. Moment, mir fällt noch ein ganz an und ein. Ha, Moment. Wir sind doch hier in der Nähe der Ansiedlung von Twin Pines oder wie hießen die genau? Moment. Ten Pines, nicht Twin Pines. Okay. Ich glaube, Twin Pines gab es zurück in die Zukunft. Ha. Okay. Gut. Schauen wir mal da vorbei. Können wir uns um die Siedlung auch noch ein bisschen kümmern. Wir haben ja sicherlich ein bisschen Schrott dabei. Also packen wir den da drin und dann können wir denen da ein paar Ausbauten verschaffen. Ist ja quasi unsere östlichste Siedlung im Moment. Also von daher müssen wir uns um die auch kümmern. Und wenn wir schon hier sind, sollten wir das vielleicht mitmachen. Die haben ja auf jeden Fall einige angepflanzt. Komm, wir sind jetzt hier richtig unterwegs. Ja, da sind sie auch schon. Die sind wahrscheinlich zu Bett gegangen. Gut. Die werden natürlich kein Problem damit haben, wenn wir uns hier ein bisschen, ja, selber umsehen. Also würde ich sagen, wir fangen erstmal an mit der Kochstation. Schauen wir mal, ob wir irgendwas herstellen können. Wir haben nichts eingesammelt. Da waren wirklich viele Tiere in letzter Zeit. Schauen wir mal kurz durch trotzdem. Besser, wir haben geschaut, als das Wort nicht benutzt haben. So, nee, scheint wirklich nichts zu haben. Ach doch, wir könnten eine Gemüsesuppe machen. Oder eine Nudelschale. Schauen wir mal. Bringen die unterschiedliche Geschichten? Ja, also hier, die Gemüsesuppe bringt zusätzlich noch Strahlungsresistenz und würde ich sagen, kochen wir die sehr schön. Mürt haben wir das. Und wir können auch noch Gemüsestärke machen. Aha. Aus aufbereitetem Wasser. Und, ja, Mais und Mutterbeeren und Tattoos. So, machen wir das. So, sehr schön. Einfach ein paar XPs für gekriegt. Gut. Sind wir hier schon wieder fertig. Muss ja auch immer wieder sein. Wollen wir uns mal da drum kümmern. Ja. So, das war das. So, dann schauen wir mal jetzt kurz in die Werkstatt. Beziehungsweise sollten wir natürlich vorher doch mit dem Schrott abnehmen. Da würde ich nämlich sagen, versorgen wir die hier ein bisschen mit Schrott. Beziehungsweise lassen wir unseren Schrott hier. Das hilft uns ja jetzt auch weiter. So, wir nehmen mal doch mit dem Schrott ab. So, da ist er. So, wir haben ja schon leider feststellen müssen, alles neben funktioniert nicht. Dann ist ja wieder wirklich alles los und nicht nur die Kategorie. Also müssen wir das tatsächlich einzeln machen. So. Also müssen wir uns hier quasi durchklicken. Jetzt sind wir überladen. Na, das ist klar. Aber das ändert sich gleich. Wir stehen ja nur zwei Meter von der Werkstatt entfernt. Also ja, kein Problem. So, haben wir das. Sehr schön. Gut. Dann schleichen wir uns die zwei Meter darüber und packen das ganze Zeug in die Werkstatt. So, dann sollten wir nicht mehr überladen sein. Ne, sind wir auch nicht. Sehr schön. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwas bauen können hier. Die haben nämlich ja keine Schutzanlagen. Das ist schon mal schlecht. Das heißt, wir fangen mal damit an. Müssen wir uns ja ein bisschen drum kümmern. So, also das heißt, wir bauen hier einfach mal die Schützer, wenn wir können. Genau. So, wir können normale T-Shirts bauen. Dann setzen wir erst mal eins hier oben drauf, würde ich sagen. Wenn wir das hinkriegen, heißt das. Ja, da lässt sich das da positionieren. Das ist doch gut. So, die fünf Schutze. Das ist gut. Und dann machen wir uns nach vorne, wenn das geht. So. Mal sehen, ob wir das hinkriegen können. Sich das da positionieren. Das ist in der Luft schwebt. Das finde ich gar nicht gut. Mal sehen, ob wir das irgendwie an der Ecke anbringen können. Das sieht doch aus. Das sieht gut aus. Wo war das jetzt? Das mag ich immer nicht, dass es da nicht geht. Das schwebt jetzt aber, würde ich behaupten. Na ja. Gut. Na, das sieht doch jetzt gut aus. Okay. Gut. So, dann haben die zehn Schutze. Das sieht gut aus. Die haben drei Wasser. Drei Wasser ist ein bisschen wenig. Gucken, ob wir die hier einfach noch eine Wasserpumpe hinstellen können. So. Und zwar eine einfache. So. Eine Wasserpumpe. Die, da fehlt uns aber Beton. Das ist natürlich schade. Na, dann können wir das nicht machen. Könnten die in Höhe sind sie ja nochmal einen Wasseraufbereiter hinstellen. Aber da bräuchten wir Wasser für, wo wir drinstehen. Also sieht das nicht. Oh, schade eigentlich. Sind wir ja schon fertig. Okay. Okay, die haben drei Betten. Na gut. Dann gucken wir mal, wie viel Holz haben wir denn hier jetzt eingelagert. Können wir noch ein Fertighaus bauen? So. Und cleanet. Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, kriegen die hier noch ein Fertighaus hin. Mal sehen. Und halten wir das kurz und bündig. So hier oben sieht doch ganz nett aus. Ich glaube, wenn wir das jetzt hier so drehen und da hinstellen, ist das jetzt schwebt ein bisschen. Das mag ich immer nicht. Können wir das irgendwie so stellen, dass das nicht schwebt. Das wäre natürlich schön. Man sieht immer so ein bisschen wenig. Ah ja, hier sind wir damit leben, dass das nicht ein bisschen schwebt. Oder wir stellen das hier drüben hin. Das ist doch noch besser so an die Kante. Ja, ich glaube, das ist noch besser so ein bisschen schräg. Boah, das ist nicht so geradlinig. Ich bin ein großer Fan von. Genau. So, das sieht doch in Süd aus. So, dann können wir da noch zwei Betten drin stellen oder drei. Mal gucken, wie viel wir machen können. So, nehmen wir natürlich saubere Betten, die dann die alten Dinger hinstellen. Ah, hier ist die Kante ein bisschen zu hoch. Von dem Haus. Mal gucken, ob wir das noch ändern können. So, können wir das noch mal ein bisschen bewegen vielleicht. Und die Kante hat sich jetzt nämlich so gestaltet, dass wir da nicht hochlaufen konnten. Ohne zu springen und so was mag ich gar nicht. Mal sehen, ob das vielleicht da besser funktioniert. Das sieht aber auch nicht hübsch aus. Gehen wir mal kurz raus hier. Jetzt wächst hier so viel Grünzeug drin. Das ist aber nicht schön. Wie kommen wir an dem Problem bei? Das finde ich gar nicht gut. Den dürfen wir hier nicht schön bauen. Tja, schauen wir mal kurz hier hinten, ob sich das irgendwie vielleicht anbietet. Ohne so gut. Tja, hier ist eine ganz nette Stelle. Ja, ich glaube hier schnell mal hin. Das sieht besser aus. Jut, wir müssen das mal umbauen. So viel Zeit muss sein. Ist ja auch wichtig, dass die hier vernünftig hausen können. So, ich glaube hier müsste das auch einfach besser hinpassen. Mal sehen, ob das funktioniert. So, jetzt sieht das. So, ich glaube die Kante sieht besser aus. Ich hoffe, das schwebt jetzt nicht nach draußen. Oh, das sieht doch ganz süd aus. Oh, das sieht ganz süd aus. Damit kann man glaube ich leben. Das sieht perfekt, aber... Oh ja, das hat ja so keiner verdankt, dass das ganz perfekt ist. So, hier kann man dann drinnen laufen. Und hier haben wir Südwikinie Strip. Wenn wir da ein Bett draufstellen, dann fällt das ja nicht auf. So, machen wir das einfach. Oh, jetzt öffnet sich die Werkstatt wieder nicht. Das ist schade. Mit, dann müssen wir rüber gehen. Und so manuell öffnen. Okay. So, dann kann man da noch ein paar Betten hinstellen. Ich hoffe, das geht jetzt. Weil da ist nämlich die Hälfte der Hütte außerhalb des Baubereichs. So, also hier draußen, da kann man kein Bett hinstellen. Das ist schade, aber da müssen wir eins hinstellen können. Oh, dann passt das doch. Ja, das geht. Das geht. Schade, dass ich keine doppelt Stockbetten gibt. Oh, gut. Okay. Dann hat die Hütte halt nur zwei Betten. Oh, in Ordnung. Okay, jetzt mit Leben. Machen wir noch ein bisschen hier das System ausgedrückt, zu dem wir rausgebaut haben. So, das sind wir die Betten hier gebaut. Ja, schade, dass wir kein Wasser machen können. Oder ihn hier keinerweise auf Wasserpumpe hinstellen können. Gut, soll das erst mal gewesen sein? Tja. Ich glaube nicht, dass wir den noch einen Generator hinstellen können. Das wäre das Einzige, was jetzt hier eigentlich noch wirklich fehlt. Tja, schauen wir mal, ob das noch geht. Energie, Generatoren und ein kleiner Generator. Der funktioniert. Und der mittlere. Schauen wir mal. Der funktioniert auch. Der erste Generator scheint immer kostenlos zu sein. Oh, wie verstehe ich das? Naja, da muss ich mich noch mal befassen. So, jetzt würde ich sagen, nehmen wir mal direkt den Betten bauen. Das ist oben. Aber machen wir trotzdem. Hier hinten ist doch jetzt nett. So. Hier hinten daneben. So. Können wir da draußen noch mal irgendwann Wände bauen. Mal sehen. So. Wir sehen ja, ob wir die hier ausbauen. Aber erst mal haben wir hier einen Generator. Oh, so. Da haben die ein bisschen Energie. Das ist zwar mit nichts verbunden. Oh, gut. Das ist auch die Uni nett, wenn man da drin schläft. Tja. Das muss man auch immer noch mal umbauen. Egal. So. Lassen wir das erst mal so. Ach, gut. Hier wäre besser. Hm. Okay. Okay. Also bei so bin ich ja, wie gesagt, picky oder so ein bisschen. Naja, eigen. Das muss schon so halbwegs sinnvoll sein. Also von daher machen wir das noch mal, dass wir den nehmen und hier drüben entpacken. So viel Zeit muss jetzt sein. So. Das ist doch viel besser. So. Dann stört das Ding nicht mehr. So. Das dringet man auch vorne noch. So. Obwohl die Kabel da hinten ist besser. Dann sieht man das nicht. So. Dahin. Und dann ist das auch gut. So. So. Damit bin ich jetzt zufrieden. Das sieht nett aus. Ja, könnte man hier auch noch so ein Signal aufbauen. Naja, vielleicht machen wir das noch. Aber jetzt lassen wir das erst mal. Jetzt werden wir uns von hier erst mal auf den Weg machen. Wir sind unser Zeug losgeworden. Das ist gut. Die haben ein bisschen was hier hingebaut gekriegt. Wir können ja mal vorbeischauen. Bisher waren es nur zwei Siedler. Also die Benen, die wir schon angetroffen haben. Und ja, soll reichen. Also möchte euch damit nicht zu sehr langweilen. Aber ich habe so das Gefühl, kommt ja ins Jut an, wenn wir das immer mal mitmachen. Also von daher halten wir das immer in kleinen Dosen, wenn es geht. Also nicht so eine komplette Baufolge oder wo wir uns nur in den Siedlungen rumtreiben. Also ich glaube, so ist das ja in die Mischung. So, also jetzt apropos Mischung. Das heißt, wir brauchen jetzt mal irgendwas, dass wir umschießen können. So. So, da waren ja noch keine Hunde. Nischt. Vielleicht finden wir wieder ein paar Radar. Satellitenstation Olivia. Schauen wir doch da mal kurz vorbei. Lassen wir uns von dem Sturm mal nicht hier abschrecken. Es ist auch kein radioaktiver Sturm. Also jetzt können wir uns höchstens hier hinten in der Ecke umschauen. Hier waren wir noch nie. Da gibt es hier nur irgendwas. Tja. Wer weiß. So ein Radhirsch. Und hier gibt es Leuchtepilze, so wie das aussieht. Können wir uns die zumindest anschauen. Doch, mit hat es auch schon entdeckt. Ja, ich glaube, hier kommen wir ans Ende der Welt. Mal gucken, wo sind wir jetzt eigentlich? Ja, hier ganz weit im Norden. Oh, hier oben könnte noch irgendwas sein. Das ist so, tja. Aber die Navigation sagt überhaupt nichts unten. Hier scheint wirklich nichts zu sein. Total tote Ecke. Oh ja, gut. Ja, wir sind quasi doll verstecken vielleicht. Vielleicht finden wir noch so eine unmarkierte Stelle, die in der Navigation nicht auftaucht. Hier scheint aber nicht der Fall zu sein. Nein, hier. Nee, dann. Da hat man da gefunden. Achso, eine wilde Kartenblume. Äh. Da sind wir da gefunden. Ah. Das war ein Zufall. Totaler Zufall. Aber das scheint eine Siedlerin zu sein. Oder so. Oder, ja. Keine Ahnung. Da sind wir mal vorsichtig. Wir stecken aber die Pistole weg. Oh. Er hat jetzt auf den Dock mitgeschossen. Die Strinter wohl. Ein Plünderer. Das war ja. Das geht nicht. Das geht hier wirklich nicht. Was ist passiert? Ja, und ich geht aus, ne? Freundinnen. Schießt hier einfach auf Dockmeat. Also, das war jetzt so, äh. Also, das ist ja keine schöne Sache. Gut. Wenn die der Meinung ist, auf Dockmeat schießen zu dürfen. Ah ja. Wir dürfen das hier nicht stehlen. Na ja. Nur so. Ja. Nehmen wir trotzdem mit. Jetzt reicht's. Also, wer hier unseren Dockmeat geschießt. Der hat Pech ja. Ja. Keine Hütte in dem Sinne. Das ist ein ganz kleiner Verschlag hier. Also, eher so ein. Hm. Ja. Also, das ist noch nicht mal eine Hütte. Das ist ja nichts. Der hat noch nicht mal eine Toilette, die gute Dame. Ah, gut. Okay. Die wird wahrscheinlich dann in Waldejang sein dafür. So, das war diese Sache hier. War ja keine schöne Begegnung mit der. Was fällt der ein? Ich hoffe, Dockmeat ist ja nicht über den Fuß gelaufen oder so. Und die war ein bisschen schreckhaft. Ah, gut. Da gibt ja mal so Leute, die vielleicht mal unten nicht mögen. Aber gleich auf sich zu schießen, ist echt kein Grund. Also, wirklich. Wenn man nicht mehr mag, kann man das auch sagen. Kann man sagen, wenn man Hund an der Leine oder so. Also, kann man ja mal machen. Aber, gut. Dockmeat hört da eh nicht. Aber ist egal. So, du kannst nicht in diese Richtung gehen. Okay, wir haben die Rand der Welt entdeckt. Genau, da ist der Zaun, der das markiert. In Ordnung. So, in welchen Richtung laufen wir jetzt hier eigentlich? Schauen wir mal jetzt kurz. Ah, okay. Wen in die Richtung? Da unten steht die Powerrüstung. Hervorragend. Gut, machen wir das. Die wird leider nicht in der Navigation angezeigt. So, schlagen wir uns hier mal durch den Busch. Da müssten wir jetzt also gleich den Verti-Bird wieder sehen. Schauen wir mal. Da muss der jetzt irgendwie sein. Ich glaube, da ist der. Direkt vor unserer Nase. Nee, du bist ein Felsen. Na, großartig. Wo ist er denn? Naja, wir werden es schon finden. Da ist er, da drüben. So, das heißt, die Powerrüstung steht ein Stückchen dahinter auf der Felskante. Da oben ist sie schon. Sehr schön. Dann werden wir jetzt mal eine Runde Powerrüstung tragen. Und das heißt, das werden wir dann auch so schnell wie möglich machen, damit wir die Fusionskerne nicht zu sehr beanspruchen. Ist ja jetzt hier bloß quasi Transfer. Und ich würde sagen, dann bringen wir auch ja nicht nach Sanctuary, sondern wir werden damit zur Red Rocket Raststätte gehen. Da wollten wir ja unsere, ja, erst mal vorläufige Powerrüstungsstation aufbauen. So, jetzt sind wir mal wieder am Powerrüstung unterwegs. Ich finde das ja interessant, dass sich da das UI ändert, die Farbe so, ja. Das ändert jetzt doch sehr an Fallout 76. Da müssen wir jetzt noch quasi die Ego-Perspektive schalten. Machen wir das mal eins kurz. Das sieht doch fast aus wie in Fallout 76. Gut, aber gut, ist besser, glaube ich, dass das nicht so identisch aussieht. Das käme ich gerne durcheinander. Gut, also ein paar Unterschiede gibt es zwischen den beiden schon. Sind sich zwar recht ähnlich die beiden Spieler, aber, und basieren ja auf der gleichen Engine, aber im Endeffekt sind sie doch recht unterschiedlich. So bestimmte Mechaniken sind anders. Also, ja, alleine schon hier der Umstand, dass man sich in Fallout 76 Krankheiten einfangen kann, die es hier nicht gibt, dass man dort essen und trinken muss. Was man hier mehr für die HP-Herstellung benutzt. Den Fallout 76 bringt das eher weniger. Und, naja, also gibt es schon so diverse Unterschiede. Also, die Geschichte mit der Munition ist unterschiedlich. Hier wiegt es zünnisch, den Fallout 76 wiegt es so weit. Da darf man nicht so viel mit sich rumtragen. Die Haltbarkeit der Waffen, die den Fallout 76 gibt, die ist ja nett, aber im Prinzip auch ein bisschen lästig auf der einen Seite. Also, da habe ich ja nun wirklich so meine Schwierigkeiten gerade mit den Nahkampfwaffen. Da muss ich wirklich sagen, also die Haltbarkeit geht zu schnell runter. Hier haben wir ja keinen Haltbarkeitsverlust. Dafür ist es in Fallout 76 schöner, dass man da jede Werkstatt nutzen darf. Also jede Werkbank zum Verwerten der Gegenstände. Hier braucht man die richtige. Tja, jetzt noch die Sache mit der Lagerkapazität. Also die Unterschiede sind schon recht vielfältig, auf jeden Fall. Ansonsten sieht es recht ähnlich aus. Und, was auf jeden Fall noch auffällt, also Fallout 76 wirkt mehr so ein bisschen wie, ja, ich weiß nicht, wie bunter Bonbon-Fallout mittlerweile für mich. Und da ist hier Fallout 4 dann doch deutlich, ja, ich will nicht sagen realistischer, aber irgendwie, ja, ja, postapokalyptischer. Ich glaube, das ist der beste Begriff dafür. So, wir werden ja aus der Powerrüstung aussteigen und die hier mal stehen lassen. Wir können ja hier leider keine zweite Powerrüstungsstation bauen. Da fehlt uns ja noch der Skill für. Aber es sieht schon mal ganz gut aus, dass wir da auf jeden Fall zwei Powerrüstungen stehen haben. So, ja, da ist eine Werkbank. Können wir jetzt irgendwas verwerten dabei? Ne, wir haben nicht eingesammelt, so wirklich. Gut, dann werden wir mal nach Sanctuary kurz rüber. Hier ist ja nur ein kurzes Stück. Und dann können wir gleich mal mit Preston Gavi reden. Mal sehen, da hat der zu seinem General, der Minutemen, sagt. Ich glaube, wir waren relativ erfolgreich bei unseren Ausflügen hier. Mal sehen, wo der sich jetzt hier rumtreibt. Und ja, ich glaube, wir können ja nicht so viel machen, wenn wir jetzt hier kommen. Jetzt haben wir einen ganzen Schrott nämlich da drüben liegen lassen. Da müsste man sich hier ernst aufräumen machen. Aber ich sage es noch mal, ja, ich will ja nicht so viel hier aufräumen. Also wirklich, wo so gut werden ist. Tja, mal sehen, wie wir das machen. Eigentlich müssten wir uns hier in der Gegend ein bisschen rumtreiben. Ja, Dokument haben wir auch alles abgenommen. Also von daher, wir können wahrscheinlich wirklich nicht wirklich hier viel für die tun im Moment. Naja, wir werden es rausfinden. So, wir schauen erstmal, wo der Jute Preston rumrennt. Da 41 Meter in die Richtung. Na, Jute, schon vorbei. Er rannt an ihm offensichtlich. Das müsste er eigentlich sein. Wir müssen hier irgendwie um die Hecke. Aber warum? Mal sehen. Hat der sich hier irgendwie in der Hütte versteckt? Ne, da vorne läuft der. Ach, der war auf Patrouille. Und der verheifte ein Liedchen. Na gut, reden wir mal mit ihm. Ich fand raus, was die Roboter in Grey Garden brauchten und hab mich drum gekümmert. Außerdem wollen sie jetzt Minutemen werden. Hätte nicht gedacht, dass Roboter Minutemen werden. Aber warum nicht? Wenn sie wollen, können wir sie wohl einsetzen. Weil du da bist. Wir sind so groß geworden, dass es schwierig ist, die Kommunikation mit allen Siedlungen aufrecht zu erhalten. Das ist ein schönes Problem. Und ich habe auch gleich eine Lösung dafür. Ich glaube, es ist an der Zeit, die Burg zurückzuerobern. Sie war früher das Hauptquartier der Minutemen, lange vor meiner Zeit. Gut befestigt, zentral gelegen und, was am wichtigsten ist, mit einer starken Funkanlage ausgestattet, mit der wir das gesamte Commonwealth erreichen. Okay, was ist damit passiert? Was ist denn mit dieser Burg passiert, wenn sie doch so gut befestigt war? Das war lange vor meiner Zeit. Aber ich habe gehört, dass irgendeine Art Monster aus dem Meer gekommen und das Fort zerstört haben soll. Viele der Anführer wurden in dieser Schlacht getötet. Und ich schätze, dass niemand das Risiko eingehen wollte, die Burg zurückzuerobern. Ich habe mich immer gefragt, ob der Verlust der Funkanlage der Beginn all unserer Probleme war. Soll ich einen Stoßtrupp in die Nähe der Burg beordern? Okay, jetzt können wir nochmal danach fragen, was ist damit passiert? Okay, ich würde sagen, ja, er soll meinen Stoßtrupp da hinschicken. Ja, machen wir das. Wir werden etwas die Gegend erkunden und vor der Burg auf dich warten. Wir sehen uns da. Okay, wir haben eine neue Quest begonnen für die Freiheit und wir sollen uns zu der Burg begeben. Und Presten macht sich offensichtlich schon auf den Weg. Oh, der ist aber flott. Okay, würde ich jetzt nicht erwarten, dass er gleich lossockt. Gut, okay, schauen wir mal auf die Karte. Die Burg müsste irgendwo da hinten sein. Schauen wir mal. Ja, die ist sehr weit weg. Okay, also da wird uns unser Weg so schnell nicht hinführen. Ich finde das interessant, dass das schon hier quasi die dritte Quest für die Minutemen ist. Gut, dann würde ich sagen, das ist sehr weit weg. Das machen wir erstmal weg. So, haben wir das. So, sind wir hier erstmal fertig. Also zumindest jetzt mit der Meldung bei Presten. Und wir haben noch ein Level-Up offen. Das heißt, wir würden jetzt mal wieder in die Skills schauen. So, jetzt haben wir die Möglichkeit auf jeden Fall Charisma. So, schauen wir mal, ob das jetzt schon genügt, dass wir den lokalen Anführer lernen. Tatsache. Okay, als Anführer, an den sich jeder wendet, kannst du zwischen deinem Werkstatt, Siedlung, Versorgungsrouten einrichten. Finde ich sehr interessant, weil wir damit quasi unsere Rohstoffe überall nutzen können, die wir abliefern. Das wäre natürlich sehr günstig. Das heißt, das werden wir auf jeden Fall mitnehmen. So, ja, die Auswahl bestätigen wir. Nehmen wir an. Ist ja auch denn die Voraussetzung, dass wir mit der nächsten Stufe auf jeden Fall Werkbänke bauen können. Und die Tateko für sehr wichtig. So, da hinten rennt Presten. In Ordnung. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz in die Werkstatt hier. Ob wir hier noch ein paar Ressourcen haben. Beziehungsweise, ob wir jetzt was eingesammelt haben, was wir hier liegen lassen können, was wir hier lassen können. Schauen wir mal ganz kurz. So, da sind wir mal ein bisschen was drin. Die haben hier auf jeden Fall auch ein paar Werfen eingelagert. Vielleicht können wir die ja bei der Gelegenheit einfach mal auch verwerten. Wir haben auf jeden Fall eine Waffenwerkbank. Das wäre schon mal gut. Dann nehmen wir erstmal alle draus, was wir hier nicht brauchen. So, wir nehmen auf jeden Fall hier auch ein bisschen was wir einlagern. Beziehungsweise hier werden wir ein bisschen was einlagern. So, Minuteman Plünderer Outfit. Ich glaube, wir werden die Sonnenbrille einlagern und wieder auf die Polizisten Sonnenbrille wechseln. Ich glaube, die sieht besser aus. Die passt mehr zu dem Outfit, das wir jetzt gerade tragen. Da bin ich auch so ein bisschen eigen. Bis da ja. Dass ich da so ein bisschen auf achten möchte eigentlich, dass der Charakter nicht zu sehr verschandelt wird. Das haben wir ja lange genug gehabt. Ich weiß nicht, wir waren das für 15 Folgen knapp. Das war eine ganze Weile. So, da ist die Waffenwerkbank. So, ah ja, das ist natürlich sehr schön. Ich würde sagen, wir nutzen auch kurz die Liegenheit. Also bevor ich das verjahreste, das ist das Wichtigste. Und zwar die Impropistole mit Zielfernrohr. Das geht gar nicht. Da würde ich mich gerne darum kümmern, dass wir da auf jeden Fall ein anderes Zielfernrohr heransetzen. So, schauen wir mal an. Reflex Visier. Das klingt eigentlich besser. So, was macht denn? Ich glaube, das müsste noch ein bisschen besser sein hier. Aha, na gut. Bei den Werten ändert sich nicht wirklich was. Wir nehmen mal das Leuchtreflex visier. Das klingt sehr gut. Und wir haben halt gebaut auf jeden Fall. Das ist gut, das gibt auf jeden Fall XP's. So, haben wir das. So, keine Mündungsbremse. Können wir noch eine Mündungsbremse ansetzen? Dann können wir ein Bayonett ansetzen. Ich weiß nicht, wozu wir ein Bayonett brauchen. Aber na gut, können wir anbauen. Dann haben wir immerhin mal dran. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Und da liegende Reichweite. Na gut, kleines Bayonett. Nee, da lassen wir mal. Wenn die Reichweite der Woche verändert, ist das keine gute Idee. Gut, so, dann würde ich sagen, wir schauen uns mal unsere Schrotflinze an. So, ob wir da noch was machen können. Wir haben hier einen kurzen Lauf im Moment. Können auch noch einen abgesägten Lauf nehmen. Für kurze Reichweite oder verlängerter Lauf. Der verlängerte Lauf erhöht auf jeden Fall die Präzision massiv. Das ist sehr gut. Überlegen eine Reichweite erhöhte Rückspruss dann eine geringere Streuung. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Also machen wir das. So, vor allem alter Lauf. So, kurzer Kolben. Was können wir da machen? Wischt können wir da machen. Standardvisieren. Dann können wir noch einen Brechtvisier aufsetzen. Obwohl, brauche ich bei der Schrotflinte. Wirklich nicht. So, Mündungsbremse können wir. Ja, keine anbauen. Okay. So, was sagt unsere 10 Millimeter? Verlängert im Moment. Wir haben Standardgriff. Wir können noch einen Komfortgriff anbringen. Wir haben ein bisschen mehr Präzision. Okay. Ist gemacht. So. Warten wir unsere Ressourcen erstmal da drauf. Wir haben noch ein Standardmagazin. Da können wir nichts ändern. Da müssten wir wohl für die anderen Magazinen erstmal den Waffenfreak lernen. Okay. Sollten wir uns auf jeden Fall Mittagauf behalten. Hier haben wir noch ein Standardvisier. Da würde ich das Reflexvisier mit Kreis bevorzugen. So, machen wir das mal. Oh, da brauchen wir aber ein Geht für. Okay. Da sehen wir auch direkt, was also für die einzelnen Komponenten zerlegt wird. Also für das weitere Glas, was wir brauchen, wird ein Mikroskop zerlegt. Wir haben noch ein Blastradius-Brettspiel und einen Wecker, die beide für nukleares Material zerlegt werden. So. Schauen wir mal weiter. Was haben wir noch? Wir haben noch unser... Ach nee, wir sind noch nie ganz fertig. Mündungsbremse können wir gerne machen. Okay. Dann schauen wir uns noch ganz kurz unser Jagdgewehr an. Da haben wir einen mächtigen Verschluss. Das klingt mächtig gut. Das würde ich so lassen. Kurzer, leichter Lauf. Ich glaube, da wäre ein langer Lauf eigentlich besser. Auf jeden Fall ist das besser. Da brauchen wir eigentlich überlegen. Das wird gemacht. Kurzer Kolben. Der kann bleiben. Können wir so nichts ändern. Schnelllademagazin. Ja, klingt gut. Leuchtvisier. Ja. Ja, das bleibt. Keine Bündungsbremse. Wir können mal hier nicht aufsetzen. Das wollen wir auch nicht. In Ordnung. So, dann haben wir eigentlich alle... Ach nee, wir haben noch die Laserpistole. Die ist nach Haki-Mod drin. Das ist natürlich nicht gut. Also sollten wir uns da drum mal kümmern. Da können wir da irgendwas machen. Wir können beim kurzen Laufnis stellen. Wir können uns beim Griff was ändern. So, da können wir unsere Präzision ein bisschen erhöhen. Oder einen kurzen Kolben. Der kurze Kolben klingt eigentlich gut. Außergewöhnliche Präzision durch das Visier. Erhöhte Rückstoßdämpfung und besseres Zielen mit Zielfernrohren. Verbesserter Nahkampfschaden. Naja, eigentlich nicht so sinnvoll. Naja, aber immer noch besser als Janus da zu haben. Er senkt die Reichweite etwas. Erhöht die Präzision. Erhöht den Wert. Und wird schwerer. Die Klub das lassen wir. Die Klub bleibt erstmal so. Was haben wir beim Visier? Da können wir auch nochmal auf das verbesserte Visier setzen. Erhöht die Präzision. Also verbesserte Präzision. Und verbesserter Fokus. Und warum war das? Und Mündungsbremse können wir keine anbauen. Zum Glück haben wir alle die Macht, was wir hier... Ach nee, wir haben noch die Maräte. Da können wir keine Verbesserung herstellen. Okay, gut. So, dann können wir die erstmal verlassen. Und dann können wir Marci beim Hemmern zuschauen. Und wir können nochmal weit herstellen bzw. verwerten. Da sind wir noch nicht ganz fertig. Wir haben noch eine 10 mm, die wir verwerten können. Für den Stahl machen wir. Einen Baseballschläger. Für ein bisschen Holz. Okay. Der Fatman, der kann auf jeden Fall weg. Den brauchen wir nicht. Die Impro-Pistole kann weg. So, dann haben wir noch eine Kurzläufe. 44er, die kann auch weg. Die brauchen wir nicht. Oh, nochmal ein bisschen Stahl. Und der Rest ist dann erledigt. Sehr schön. Gut, hammer das. Vorab so. Mama Murphy wollte offensichtlich mit uns reden. Okay. Äh. Meine Energie? Ich glaube, sie hätte irgendwas zwischendurch gesagt. Ja, ist hier gerade ein bisschen schlecht gewesen. So wie Untergang. Okay, fragen wir mal nach meiner Energie. Irgendwie mal wieder ins Gespräch einsteigen lassen. Frage, glaube ich, das Beste. Meine Energie? Was meinst du damit? Ich dachte, das hätte ich dir schon gesagt, Kind. Ich habe dich aus diesem Kühlschrank steigen sehen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Das hier ist nicht deine Welt. Aber du musst in ihr leben. Das dritte Auge kann dir helfen, Kind. Es kennt immer die Antwort. Du musst mir nur etwas Jet bringen, damit ich sehen kann, was es dir sagen will. Aha. Jet? Jet? Was ist das? Es ist ein kleiner Inhalator mit großem Kick. Angeblich wird man dadurch schneller. Aber in meinem Alter geht es nur noch um den schnellen Rausch. Die Camps stimulieren das dritte Auge. Also werde ich nicht immer Jet brauchen. Aber dieses Mal steht es auf dem Speiseplan. Gut, jetzt können wir natürlich sagen, wir wissen natürlich, dass es sich um eine Droge handelt. Und jetzt können wir sagen, Schluss mit den Camps oder vielleicht später. Ich würde hier erstmal unverbindlich bleiben und bei vielleicht später bleiben. Oder die Option hier wählen. Vielleicht. Ich werde es mir überlegen. Ist ja nicht so, dass ich irgendwo hingehen würde. Das dritte Auge wartet hier auf dich, wenn du es brauchst. Okay, wir haben also eine neue Quest erhalten. Bring Jet zu Mama Murphy. Ordnung scheint eine Nebenquests oder ähnliche zu sein. Okay. So, jetzt können wir uns hier noch ein bisschen umschauen. Jetzt würde ich sagen, wir nutzen noch ein bisschen die Gelegenheit. Und werden hier noch ein bisschen aufräumen auf jeden Fall. Und ganz kleine Verbesserungen bzw. ja, Verwertungen hier quasi. Ein bisschen was liegt ja im Weg rum. Und wenn wir hier noch ein bisschen mal bauen wollen, würde ich sagen, sollten wir das vielleicht wegräumen. Zum Beispiel hier in der Hütte, in dem Haus, wo wir hier die ersten Betten eingerichtet haben. Ich glaube, da ist es ganz sinnvoll, wenn wir mal auf jeden Fall den Schrott tatsächlich wegnehmen. Hier bietet sich das an hier drin. Hier wäre es sinnvoll, ich würde da eine vernünftige Toilette hin. Mit der Paputten könnt ihr auch bloß nur anfangen. Das halte ich für ganz sinnvoll. Aber draußen so die Optik, die würde ich schon erhalten wollen. Also hier ist nämlich der Heizer, der passt auch sehr gut hier hin. Und auch hier die alten Spiegel und so weiter. Das würde ich auf jeden Fall stehen lassen. So, schauen wir mal hier. Das sieht auch eigentlich alles noch ganz brauchbar aus. Also von daher hätte ich auch stehen lassen. Mag ich eigentlich. Ja, gut. Da mal hier noch. Nee, hier geht es nicht weiter. Okay, ich war noch irgendwas auf dem Boden gerade. Der Fußmatte, die lassen wir mal da. Ich glaube, das ist doch der Schnellreisepunkt. Ja, also wenn man die Schnellreisen benutzt, kann man glaube ich mit der Fußmatte das bestimmen. Man denkt nicht, ohje. Nee, den wollen wir nicht verwerten. Wir schauen mal kurz so rüber. Ja, in unsere Hütte quasi. Also unser Haus. Ob wir da irgendwie was ähnliches machen können. Hier sieht es ja schlimm aus. Eieieiei. Also, hm. Der umgestürzte da, hier fällt bei Jahren. Ich unterwege mich mal mit Beschäftigen. So in Ruhe. Also gedanklich. Dass wir hier. Also der Bilderrahmen, der muss nicht auf dem Boden liegen. Also das geht ja auch nicht. Oh, ich kann ja immer stolpern. Oder sich einen Splitter ziehen. Das würde ich auf jeden Fall Jahre so lassen, wie das. Das ist ja da, wo man quasi Fallout 4 beginnt. Vor dem Spiegel fängt man an. Beziehungsweise da stellt man seinen Charakter dran. Oh, das alte Bett hier. Ich glaube, hier werden wir mal das Bett wegnehmen. Ich glaube, es gibt kein großes Doppelbett. Das wäre natürlich toll, wenn es so etwas gäbe. Schauen wir mal bei den Betten rein. Ich glaube auch nicht, dass wir irgendwelche... Moment, das ist doch... Das sieht doch jetzt nicht aus. Oh, das passt doch. Ist jetzt nicht das Schönste. Das passt aber hin. Oh, ja dann. Ja, aus dem Doppelbett wird jetzt ein 1. Gut, okay. Also hat die, ja, Einzüberlebende hier. Also auch ein Bett, wenn sie mal hierher kommt. Okay. So viel Zeit muss sein. Das ist schließlich ein Rollenspiel. Also kann man uns damit ein bisschen beschäftigen. Oh, je. Schornes Zimmer sollten wir ja nicht antasten. Nee, nee. Also Schornes Zimmer bleibt genauso, wie es ist. Hier haben wir noch die Waschküche. Können wir jetzt den Karton hier von Cosmos wegnehmen. Oh, hier bleibt hochstehen. Aber gut, die sollten wir eigentlich so lassen. So als Erinnerung. Die Tür kann man natürlich hochso liegen lassen. Gut, der Teekessel, der muss nicht auf dem Boden stehen. So viel ist klar. So, also hier kann man wirklich tatsächlich auch die ganzen kleinen Einzelobjekte... Ja, das ist die Babyflasche hier zum Beispiel in die Glücksorte liegen bleiben. Also das wäre zu schade, wenn wir die wegnehmen. Jetzt sieht ja so die Details, die das hier ausmachen. Ja, hier hinten. Das ist natürlich wieder so eine Sache, wo ich sagen muss, Gartenstuhl und so weiter. Die können natürlich weg. So eine, naja, das ist natürlich auch was. Naja, eigentlich muss man das stehen lassen und irgendwie drum herum bauen. Ich glaube, das gibt dem Ganzen einfach deutlich mehr Charakter. So, so viel dazu. Können wir hier noch irgendwas sinnvolles machen? Was haben wir hier noch damit Zeit verbreitet? Ich würde sagen, wir gucken mal ganz bei den Energiegeneratoren rein. Wir bauen auf jeden Fall mal einen Generator. So, jetzt haben wir hier hinten den Kräutergarten. Ja, das geht doch hier hin. Da fährt er doch ja nicht auf. Genau, dann würde ich sagen, stellen wir hier mal einen Generator auf jeden Fall schon mal hin. Können wir von hier aus was ausbauen. Und wir haben hier jetzt auch unsere Fähigkeit gelernt. Dann stellen wir noch ein spätes daneben. Ich staune, da wird ja keine Ressourcen an jetzt. Oder immer ein bisschen asymmetrisch. So, was mag ich immer. Das sieht ein bisschen interessanter aus. So, wir könnten auch noch einen, das ist ein Windgenerator. Das sieht natürlich auch sehr nett aus. Ich glaube, den stellen wir mal nach oben. Aber da werden wir auch nach oben gehen. Das ist ansonsten, ja, schwierig einzuschätzen. Oh, stand hier gerade eben eine Siedlerin rum, die wir noch nicht kennen. Ich glaube, die gehört ja noch nicht dazu. Wir werden erstmal das Windrad hier oben aufstellen. Das war jetzt hinter einem Baum, aber es wird schon Wind erzeugen. Äh, quasi Energie erzeugen. Ja, oh, das sieht doch nett aus. Aber kriegt das doch hier gleich ein bisschen Charakter. Ja, das ist nett. Der ist auch ordentlich groß. Also ich weiß jetzt nicht, wie wir da die riesen Turbine hingekriegt haben. Aber, oh, das sieht doch gut aus. So, ja. Und wir haben hier jetzt eigentlich die Fähigkeit erlernt, ähm, ja, Rohstoffe zwischen den Siedlungen hin und her zu transferieren. Dafür müsste man eigentlich Handelsrouten einrichten. So, also das wäre auch noch eine Möglichkeit. Und wir haben hier tatsächlich offensichtlich eine Siedlerin, die... Ach, Gamm und Carla ist hier. Ach, reden wir mal noch mit ihr. Carla. Hallo. Willst du handeln? Wir fragen mal nach Neugierig. Ich glaube, sie war neugierig, hier nach Sanctuary zu kommen. Was für Sachen hast du denn? Von allem etwas. Du wirst staunen, was die Leute auf den Straßen alles zurücklassen. Man muss nur die Augen nach guten Dingen offen halten. Ich habe einiges zu verkaufen, falls du Interesse hast. Okay, na, dann handeln wir. Zeig mal, was du so hast. Ich verkaufe immer gern. Okay. Gut, die hat also auch 308er Patronen. Was will sie denn für die haben? Schauen wir mal. Acht. Oh je. Acht je Kugel. Das ist ein bisschen viel. Ne. Das nehme ich hier nicht ab. Das kann sie verhessen. Auch selbst, wenn wir jetzt das eigentlich nicht brauchen können. Wir schauen mal bei den Mods. Wir haben hier eine Menge Mods. Jetzt quasi noch im Inventar genau. Die wir eigentlich loswerden können. Die müssen wir nicht aufheben. Mal sehen, ob sie die verkaufen oder kaufen möchte. Ob wir die verkaufen können. Ja. Die brauchen wir alle nicht. Nur, falls können wir sie wieder herstellen. So. Kriegen wir 32 Kronkorken für. Gut. Haben wir noch was anderes, was wir gerade nicht brauchen? Ich schaue mal. Kaliber 50. Ja, das können wir auf jeden Fall verkaufen. Da bin ich kein Freund von, von dem Munitionstyp. Oder eine Mini-Atombombe. Nur, dann soll sie mal die Mini-Atombombe kaufen. So. Schrotpatronenplasma-Katarsch. Und den Rest würde ich sagen, heben wir mal auf. Auf jeden Fall. Wiegt ja alles nichts. So. Wir können auch mal gucken, ob wir beim... Mal sehen, wo wir die jetzt finden. Oder die Verset. Haben wir da noch irgendwas, wird wir loswerden können. Ein Ordner zum Beispiel. Das ist hier. E-Kronkorken. Das ist besser als ja nichts. So. Wir haben noch U-Bahn-Marken. Mal schauen. Da haben wir noch Vortex-Lunchboxen. Die bringen eigentlich... Oder ein bisschen was. Kriegst du die verbrannten Wirtschaftsmagazin. Genauso was kann natürlich auf jeden Fall weg. Dass wir hier ein bisschen übersichtlicher wieder werden. Wir haben ja viel dabei und viel eingesammelt. Man müsste eigentlich da auch so ein paar Sachen ausladen. Hier so die Befehle der Supermutanten. Müssen wir an die unbedingt aufheben. Jedenfalls nicht im Inventar. So. Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich fertig. Und dann nehmen wir den Handel einfach an. So. Wir müssen uns ja nicht mit ihrem Inventar allzu sehr beschäftigen. Wir wollen ja die Sachen lieber finden. Oh. Bei den Waffen könnte man mal gucken, ob sie irgendwas am Angebot hat. Aber ich glaube... Ne. Das wird nichts. Da kommen wir wirklich nicht zusammen. Wir hatten zwar ein bisschen was. Aber egal. Das ist alles nicht so interessant, als dass wir dafür Kronkorken ausgeben müssten. So. War das das hier? So. Könnte man sich jetzt beim nächsten Mal hier weiter umschauen. Für heute soll sie nämlich erstmal wieder hier gewesen sein. Oh. Haben wir hier ein bisschen in Sancturions wieder umgetan. Und haben noch eine neue Ophiaba von Preston. Aber bis wir die angehen können, wird noch eine Weile dauern. Nun nö. Okay. Also. Wie gesagt. Für heute soll sie die Wesen sein. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hier mit Fallout 4 weiter geht. Bis dahin. Macht's fein. Ciao, ciao. Und bis bald. Tschüss.